hallo meine liebe freunde meines kanales es gibt ein neues spielchen von einem sehr kleinen entwickelteam und das bedient sich einer sehr einfachen spielmechanik aber trotzdem ist das spiel unglaublich interessant und auch unglaublich gut gemacht ist eigentlich relativ einfach ihr habt vielleicht schon auch gesehen bei anderen let's playern es ist irgendwo im ozean man muss hier irgendwas bauen hier sieht man das auch schön wie das ungefähr ausschauen könnte ja und wir fangen jetzt einfach mal an ich habe mir ein paar let's plays angeschaut und ich bin mal gespannt wie weit ich komme es scheint ja vom prinzip her relativ einfach zu sein das einzige problem ist der hai und mit diesem hai muss man einfach leben oder auch nicht oder auch sterben je nachdem was ganz wichtig ist man braucht was zu essen man braucht was zu trinken das heißt für mich wird das wahrscheinlich schon die größte katastrophe werden hier nicht zu sterben aufgrund dessen dass ich verhungere oder verdurste jetzt sehen wir hier zum beispiel irgendwelche sachen die durch die gegend eiern zum beispiel dieses fassen und das kann man mit diesem greifhaken hier holen wenn man einigermaßen vernünftig das ganze macht dann funktioniert das auch ja aber bei mir geht halt einfach nicht aber das ist wahrscheinlich auch daran dass ich einfach hier kaputt bin zu dämlich kannst du wieder einfangen hier dann immer es einfach so kommt wieder raus hier hallo 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 greifhaken wo hast du dich denn hier also ich muss die linke taste drücken wieder reinkommt das ist ja witzig aber ich glaube man kann das zeug auch einfach nehmen wenn man wenn es einigermaßen nah ist kommst du her wasser verdammt das geht ja schon mal gut los ich denke ich bin einfach ein bisschen zu dämlich das ganze hier zu tun was habe ich jetzt erwischt metall schwimmen das metall ist also besonders gut kommt gibt mir das zeug und die haben wir dann auch zum beispiel kann ich das einfach so nehmen das kann ich nicht nehmen das kann ich nicht nehmen solange ich das ding nicht eingefahren habe bleib hier bleib hier scrap metal bleib hier oh du ist ein hau ach man ey ohne scheiß das kann ja was werden na super perfekt nein nein ok ich habe zumindest hier das gibt es doch nicht oder ok da muss ich einfach warten bis das zeug zu mir kommt ok muss halt aufpassen dass mich daheim nicht frisst warte mal was kann ich denn jetzt hier eigentlich bauen bild ein speer kann ich denn schon bauen verdammt nochmal ich brauche hier handwerksmaterial ach hier das seil muss ich bauen ok und jetzt kann ich bauen ein speer gibt es jetzt was fehlt mir denn noch metall fehlt mir noch ok alles klar ich komme ich wieder raus kommen hier wieder raus leute wie kommt hier wieder raus es geht geht nicht ok dann wahrscheinlich b a verdammt bis ich das irgendwie auf die kette kriegt bin ich schon lang verhungert und verdurstet oder sonst was mal das metall verdammt ich habe jetzt auch gar nichts erwischt oder ja zumindest hier das zeug das ist ja ups für mich optimal ja ich als alter ich kenne mich sowieso nicht aus und da kommen wir jetzt ganz schön viel zeug ich bräuchte metall glaube ich so ein speer das was man ist noch an welchen auch produziert und habe dann kein metall da kann ich kein spiel bauen wie kein spiel habe mit schwierig das habe ich aber jetzt kann ich auch ein spiel bauen oder spieren 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 wir aber das blüht man nicht auch nicht oder eigentlich erst mal eine angel neben euch erst mal bei einem speer ok ok habe ich ein speer hier kann ich ihn auswählen zum fass ein fass ein fass ein fass ein fass ok also einfach hier perfekt perfekt ach so man kann das man muss es gar nicht treffen man kann es einfach hier wunderschön einfangen indem man das zeug einfach zurückzieht das ist ja toll kann man ja fast ich brauche zu essen jetzt dann ok alles klar ich habe ein speer ich habe ein speer du kannst mir nichts du kannst mir gar nichts du doofes viel seit muss ich glaube ich hier am gucken dass ich das zeug immer auch mal wieder reparieren dann nochmal hier auch metall perfekt ich wollte zwar das andere aber mit tollen nämlich auch ok kommt vielleicht kann ich hier ja gleich aber das ist ja super kann man gleich mehr auf einmal fangen setzt was man auf b mit dem hammer glaube ich kann ich was reparieren oder wo ist der jetzt wo ist man haben wir das ist ins backpack packen hier den ganzen zeug hier ist der hammer ok alles klar ist denn das hier ist das hier ein lager oder was soll das sein keine ahnung jetzt kann ich glaube ich hier ok ich kann hier die von deutschen bahn nimm das zeug nimm das zeug nimm das zeug nimm das zeug das ist wichtig nein 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 was was machen du hier ich verdurste und verdammt das habe ich das holz kaum her ich verdurste verdammt noch mal was ist jetzt los b irgendwie war der pool feier becher ich habe ich kann nicht mal ein becher bauen ich kann nicht mal salzwasser saufen ich flippe aus hier kommt hier kommt zeug nein nein ich verdursten jetzt ich habe keine lust noch mal zu starten ein gibt mir das metall die zeug becher kraft hier becher für viel viel bevorder jetzt trinkt 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 das zeug trinkt das zeug nein verdammt noch mal trinkt doch einfach salzwasser es ist gesund ist gut für die nasen nebenhüllen oh mein gott ok ja hör auf hier zu husten husten ist ja wohl das geringste problem jetzt ein worte purifier ok also ich muss da anscheinend irgendwie anders vorgehen und vor allem muss ich jetzt was muss ich jetzt bauen was muss ich denn jetzt bauen water purifier oder was brauche ich da noch alles ok brauche metall ok das lässt sich ja einrichten oder metall verdammt das ist natürlich jetzt wieder nichts damit ich brauche metall 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 ich sterbe hier worte purifier braucht noch ein metall oder metall noch sterbe ich sterbe ich sterbe einfach hier vor mich hin wenn das ganz unten ist mich tot oder ok ok auf man muss ich noch mal es kann nicht wahr sein oder aber so blöd sich anstellen ist einfach unfassbar also was brauche ich denn am anfang also am anfang brauche ich anscheinend hauptsächlich überleben irgendwie ach das ist doch ein witz oh mein gott das ist ja gar nicht so einfach ich dachte es ist wesentlich einfacher haben die anderen einfach öfter angefangen oder solange bis gepasst hat ich denke schon könnte man ja dazu neigen nicht wahr dass man sagt okay man lässt einfach so ein let's play man macht nur die besten sachen ins let's play ja spiegelt aber leider nicht die realität wieder ist so so jetzt muss ich mir mal gucken dass ich dieses holz hier wisch kannst du bitte da komm 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 perfekt jetzt habe ich schon ein bisschen was hier das kann ich auch noch einfangen hier kommt dann fast manchmal ein fass auf hier und da brauche ich auf jeden fall was zu trinken das ist also extrem wichtig siehst du die eigentlich wasser du doofes tier okay 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 hier kommt gleich mehr die fässer perfekt na verdammt ist jetzt nicht nur 1, oder? ach, verdammt, einmal knapp ok, jetzt funktioniert das Ganze schon ein bisschen besser ja, hier mit der Sammelei was ich aber natürlich immer noch brauche ist Metall Metall, Metall, Metall kommt aber hier, angeschwommen mal das Brett noch mitnehmen hier geht das, geht das, geht das so, jetzt kommt noch ein Fass in der Zwischenzeit kann ich mal gucken, was ich jetzt alles brauche um das zu bauen ok, ich brauche hier ein Seil mein Gott, ich werde wahnsinnig man kann nicht alles gleichzeitig machen hier kann man nicht, definitiv nicht ok, dann nehmen wir das Fass jetzt noch mit und dann beschäftigen wir uns mit dem Bau von Dingen wo will ich das mit der Heiser lang in Ruhe ok, pass mal auf das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? das ist jetzt nicht dein Ernst du doofes Miststück ok, ich brauche hier Seil ok, water purifier, ganz wichtig Kraft ok, dann können wir den mal hier hinstellen, oder? ok, ja zack jetzt brauche ich noch einen Becher verdammte Kacke ich brauche noch einen Becher auch nein, 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 nein du bleibst bei mir Tolle Idee, aber besser wie nichts. Okay, hier kommt noch ein Fass. Muss ich aber jetzt schneller holen. Ich nehme mal das Metall erst mal. So, jetzt brauche ich hier einen Becher. Warte mal. Becher, Kraft. Nein, verdammt, mir fehlt immer noch Metall. Warum ist denn in diesen verdammten Scheißkisten hier kein Metall? Alles Mögliche kriege ich, aber das, was ich brauche, kriege ich nicht. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Warte mal. Oh, nein, 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 nein. Ach, komm, hör auf. Ist doch ein Witz. Genau, jetzt kommt das Miststück. Oder auch nicht. Oh, nein. Komm, gib mir das Metall. Da ist auch noch was, oder? Ne, warte mal. Becher, Kraft. Okay, perfekt. Das andere Zeug, das können wir jetzt mal in den Rucksack packen oder was immer das auch ist. Was ist denn jetzt los? Verdammt nochmal, was ist denn das für ein Scheiß hier? Nein. Kann ich, kann ich nicht. Okay, kann ich nicht. Also, muss ich jetzt warten, bis der das Ding kaputt gemacht hat, oder was? Du blödes Miststück. Warte mal, was war jetzt hier? Ich muss braunen Hammer. Verdammt, ich kann aber auch gar nichts bauen da. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Metall habe ich keins. Ach komm, leck mich doch. Hau ab jetzt! Doof ist Mistvieh. Okay, jetzt habe ich das andere Problem, dass ich zwar jetzt, zweitmal, habe ich nicht jetzt einen Becher gebaut? Genau. Ich brauche jetzt erstmal was zu trinken. Das ist mal ganz wichtig. Trinken. Fill with water. Guck. Okay, alles klar. Dann brauche ich einen Hammer. Ganz wichtig. Hammer. Craft. Okay. Dann kann ich nämlich hier gleich wieder die Foundation bauen. Und vielleicht das Ganze ein bisschen ausbauen hier. Jetzt hat er wieder Durst, der Depp. Nein, warte mal. Kann ich hier kurz weg. Okay. Kann ich das jetzt irgendwie saufen da, das Zeug? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Wie funktioniert das? Okay. Alles klar. So funktioniert das. Jetzt kommt das Miststück schon wieder. Alter, der Verwalter, der macht mich hier nass. Aber es ist nicht einfach. Verdammt. Uhu. Verdammt nicht einfach. Ich brauche eigentlich einen Speer. Weißt du was? Wir brauchen jetzt mal eine Angel hier. Kommt, das ist doch sinnlos. Hier die ganze Zeit auf dem Floß rumzusitzen. Aber jetzt habe ich natürlich zwar eine Angel, aber kein Speer, wa? Das funktioniert ja einigermaßen. Hier, das ist schon mal nicht schlecht. Und mal kann ich hier nicht irgendwie so ein Netz bauen, habe ich gesehen. Netz. Oh mein Gott. Okay, ich brauche hier noch ein Netz. Okay. Da kann ich hier eigentlich was auffangen, was hier vorbeischwimmt. Boah, das ist ja schlimmer als Battlefield hier. Hör mal auf. Ich kriege einen Anfall. Komm her, Zeug. I need you. So, jetzt pass mal auf. Okay, also ich habe mal jetzt wieder Wasser. Okay, jetzt habe ich das natürlich da drin. Ist ja klar. Aber ich muss jetzt dann irgendwas essen. Ich habe doch hier ein Hook. Was habe ich denn jetzt hier gebaut? Ich dachte, ich habe eine Angel gebaut. Habe ich keine Angel gebaut? Bin ich dämlich? Oh ja, bin ich. Komm, jetzt gib mir das doofe Fass. Weißt du, was du mich jetzt kannst? I don't believe what I'm doing here. Okay, kann ich jetzt einen Speer bitte bauen? Danke. Okay. Aber ich habe doch hier eine Angel gebaut, oder nicht? Nee, verdammt. Ich habe doch eine Angel gebaut. Wo ist denn die jetzt? Verdammt. Okay, kurz mal was angeln. Habe ich jetzt irgendwas gefangen? Oh, eine Ruhe Makrele. Cool. Komm, du bist doch ein Depp, oder? Ohne Scheiß. Escape. Continue. Wie kann ich jetzt das hier abbrechen? Verdammt nochmal, verschwinde, du Miststück. Okay, ich habe jetzt zwei rohe Makrelen. Was kann ich jetzt hier bauen? Ich muss doch hier dann auch eine Kochstelle bauen. Okay, da brauche ich noch ein bisschen Metall. Was hat sich hier verfangen? Okay, Metall. Ganz wichtig. Hier ist Metall mit dabei. Komm. Ja, mit dir. Ich brauche Metall. Ganz wichtig. So, nehmen wir das auch noch mit. Was ist jetzt los? Ich bin am verdursten. Was ist denn jetzt? Ah, ich flippe raus. Ich habe doch das jetzt hier gekocht, oder nicht? Ja, willst du mich verarschen? Jetzt verreck ich schon wieder, oder? Das gibt es ja nicht. Wann ist der Fisch fertig? Oh mein Gott! Was für ein Spiel! Ich flippe hier aus! Kann man in der Zwischenzeit noch ein Netz bauen, oder? Boah, Alter! Oh Mann, wieso nimmst du denn die anderen Bretter nicht mich? Bretter ist jetzt eigentlich das, was ich am allermeisten brauche. Holzplanken. Okay, das wird jetzt langsam hier. Das Zeug verfängt sich da drin. Muss ich mich jetzt nicht weiter kümmern, aber ich kann schon mal wieder eine Makrele kochen. Hier kann ich mal was trinken. Dann können wir das wieder auffüllen, das wieder kochen. Perfekt. Wie kann ich denn das eigentlich auswählen, was ich hier bauen will? Ach so. So geht das. Es ist ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass sich das Zeug nicht in dem Zeug da verfängt, sondern dass man hier wirklich... Oh, ich brauche hier wieder Zeug. So. Mal schauen hier. Hier noch eins hin. Muss ich eigentlich auch schon wieder hier angeln? Oh mein Gott, ich werde hier wahnsinnig. Das ist ja schlimmer wie im richtigen Leben. Bleibst du hoffentlich jetzt im Netz hängen? Nein, doch. Boah, überleben voll am Limit hier. Das ist das geil. Ohne Scheiß. Da kriegst du die Krise. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Da kriegst du die Krise. Ach so eh. Nein, nicht den Essen. Kann ich dich eigentlich auch essen? Kann ich dich eigentlich auch essen? Hi. Das wäre mir eigentlich fast am allerliebsten, wenn ich als ich bin. Oh Gott, was verfängt sich hier alles? Ähm. So, jetzt hat Wasser. Wann mal, Wasser habe ich jetzt hier gerade am Start, oder? Ja. Man muss hier ständig kochen, ey. Ohne Scheiß. So, jetzt was können wir denn noch bauen, bevor ich hier komplett ausraste? Okay, kann ich jetzt inzwischen? Genau, das kann ich wieder bauen. Was haben wir denn hier noch nicht? Ne, ne, ne. Haben wir die denn auch hier für irgendwas? Kann ich denn eigentlich noch ein Netz bauen? Ja. Das bauen wir jetzt auf jeden Fall auch noch hier hin, um möglichst viel hier abzukommen. Was hier durch die Gegend eiert. Kann ich noch eins bauen? Ja. Perfekt. Sagen wir das mal wieder essen. Dann wieder angeln. Okay, jetzt sind wir auf einem guten Weg, einigermaßen das hinzubekommen. Oh! 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 Brauche ich jetzt? Okay. Achso, weil ich die im Inventar habe. Okay. So, jetzt erstmal Angelausflug hier. So. So. B. Hier hin. Und dann bitte nicht essen. Hier muss man ständig... Wow! Jetzt habe ich aber hier ein ganzes Zeug hier. Oh, jetzt bin ich voll, oder? Okay, was können wir bauen? So. Weitere Netze, würde ich mal sagen, wären eigentlich ganz praktisch, um hier möglichst viel zu bauen. Aber Foundation bei natürlich auch noch dann. Gut, ich kann mich jetzt verteidigen, ich kann was kochen. Passt doch perfekt. Jetzt mal ganz kurz mal gucken. Foundation, kann ich da eine bauen? Ja, kann ich. Okay. Kann ich also hier das erweitern. Ich denke mal... Oh, verdammt, jetzt habe ich kein Holz. Naja, da müssen wir halt einfach warten, gell? Essen. Trinken. Trinken. E. E. Ach, ich brauche Holz. Kann ich hier nicht. Einfach... Ach so, das funktioniert im Hammer-Modus nicht. Sammeln. Schade. Okay, aber ist ja egal. Kann ich auch hier... Öh, wie war das jetzt schnell wieder? Okay. Ich muss hier die Foundation behalten. Brauchen wir da unbedingt eine Foundation. Ne. Ich muss dann doch noch ein bisschen hier rumeiern, kann das sein? Mit meinem Haken. Wieso nimmst du das nicht? Okay. Wie dem auch sei. So essen. Trinken. Wasser holen, Wasser kochen. Und wieder einen Fisch drauflegen. Okay. Langsam funktioniert das Ganze einigermaßen. Ähm. Nein, nicht B. So. Mal angeln. Oh, das ist fast. Das brauche ich. Mal das Fass lieber noch mitnehmen hier. So. Ähm. Angel. Angelhäutig. Genau. Ach Gott, jetzt ist es ja richtig entspannt hier. Ja. Das habe ich hier am Anfang geschwitzt. Beim ersten Durchgang. Puh. Jetzt machen wir erstmal eine schöne Angelstunde hier. Ja. Ruhe Makren. Ist doch spitze. Also wie gesagt, das Spiel gibt es somit dann auf der Entwicklerseite in Anführungsstrichen kostenlos zum Download. Die Entwickler bitten darum, Hilfe zu bekommen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja. Aber bist du eigentlich mal tot? Stirbst du auch mal, oder? Was bist denn du für ein Vieh? Ach so, ich habe ja hier. Okay, kann ich gleich mal wieder was essen. Perfekt. Hier kann man wieder was drauf tun. Hier haben wir Wasser. Sauf ich mir jetzt erstmal die Hucke voll. Ob der schon kein Alkohol gibt. So, in der Zwischenzeit kann ich doch bestimmt jetzt immer noch nicht. Ach so, ich muss ja wieder. Oh, nee, oder? Okay, mal die Foundation erweitern. In diese Richtung. Kann man nämlich dann noch irgendwas hinbauen. So, hier noch das Ganze größer machen, damit mich der Heim nicht immer so verängstigt. Wow, hier hängt ganz schön viel Zeug drin. Geil. Ja, break even würde ich mal sagen. Break even, meine Freunde. So schaut es nämlich aus. Upp. Nein, 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 nein. MT. Vielleicht kann ich ja noch ein Netz bauen. Das mit den Netzen gefällt mir ganz gut. Oh, ich hab ja hier. Ah, das kann ja rar sein. Was brauche ich denn hier alles? Um hier vernünftig zu arbeiten zu können. Okay, hier haben wir. Okay, jetzt bin ich aber erstmal voll. Das kann ich mir jetzt erstmal sparen hier. Ständig zu essen. Okay, ich brauche Ropes. Oh, fuck, 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 fuck. Was ist denn jetzt los? Willst du mich verarschen? Willst du mich jetzt verarschen? Geh doch wieder raus aus dem scheiß Wasser, alter. Meine Fresse, jetzt hat mich der blöde Highbeiner hier. Was war das jetzt für eine dämliche Aktion? Oh, Gott. Boah, da kriegst du ja richtig, also es ist ja schon wieder beim heißen Weih. Ah, herrlich. Kann ich das da reinpacken? Metal. Okay. Perfekt. Kann ich da wahrscheinlich auch wieder meine Ropes bauen, oder? Rope, Rope, Kraft. Okay, jetzt muss ich da eigentlich wieder so ein Netz, oder? Naja. Perfekt. So, jetzt bauen wir nämlich hier noch ein Netz hin. Dann machen wir hier zu, damit da nichts mehr durchrutscht. Ach, scheiß drauf. Ja, klar. Du fasst muss natürlich. Aber das ist blöd, wenn du da unten reinkommst, der ist ja hier. Holla, die Waldfee. Das war ja jetzt ja wirklich sehr knapp. Das wäre es ja wieder gewesen, oder? Jetzt ist ja alles unter Kontrolle. Ich springe ins Wasser und sterbe. Das ist doch wieder immer dasselbe. Immer ist es dasselbe hier. Mit dem ganzen Gedöns. Puh. So, rohe Makrele. Komm, eine Fahre noch. So. Hier kommt Zeug an. Was mir jetzt irgendwie auch fehlt, ist, es kommt fast keine Ropes mehr. Ja, das ist natürlich schon irgendwie. Verfangt ihr euch auch? Okay, die zwei und das Metall. Perfekt. Mal schauen, wenn es zu viel wird, ich kann es alles gar nicht irgendwie tragen hier. Dann haben wir mal was trinken dazwischen drin. Ich brauche die Ropes. Rope, 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 rope. Okay, hier haben wir Rope. Rope, rope. Rope, die Rope. So, ähm. Jetzt muss ich hier mal wirklich überlegen, was ich jetzt mache. Jetzt kann ich das weiter ausbauen, würde ich mal sagen. Zwar hier. Und hier. Und hier auch. Okay. Komm daheim, mein Zeug schon mal nicht fressen, wenn ich mal nicht aufpasse. Und hier. Und hier. Dann sehen wir weiter. Schade. Wieso? Wieso? Jetzt kriege ich aber viel von dem Zeug. Man muss es anscheinend bestellen. Per Sprachsteuerung. Dann funktioniert das auch. Mit dem Zeug hier. Jetzt kommt ein Fass. Perfekt. Was kann man denn hier ausbauen? Was ist denn das? Das sieht's. Okay, was habe ich denn hier? Parms sieht. Also, du bist doch echt blöde, oder? Schau mal, ich kriege hier Haifleisch. Das ist ja super. Das ist ja geil. Ich kann ihn essen. Da gibt es doch gleich mal eine Magrile obendrauf. So, und wie ist das dann besser? Wahrscheinlich wesentlich umfangreicher in der Kost, oder? Wenn ich da drei Tage nichts zu trinken brauche. Wenn ich den Hai esse. So, jetzt können wir das Ganze mal ein bisschen entspannter angehen. Okay, das Ganze, das Ganze, das Ganze. Vielleicht sollte ich ja... Okay, wieso brauche ich jetzt hier? Okay. Weil hier auch Zeug. Ich brauche hier auch Ropes. Das gibt doch gar keinen Sinn. Okay, ein Butter Purifier. Und bauen wir auch zweimal hier. Hier noch einen hin. Hier bauen wir noch ein Butter Purifier hin. So. Jetzt können wir nämlich dann das Ganze ein bisschen ausbauen. Hier die Wasserproduktion. Becher. Craft. Okay. Passt perfekt. Ah, mein He. Kochen. Hier können wir auch kochen. Und zwar ein Hai. Perfekt. So. Und hier noch eine Foundation dann in die Richtung. Hier und hier. Schön, damit der Hai hier nichts zu fressen kriegt. Nicht, dass das dem auch schmeckt, was ich hier koche. Das wäre ja schon fatal. Okay, man kann es doch nehmen. Es schaut bloß einfach so aus. Als ob man es nicht nehmen könnte, weil da haben wir das alles da drüberhaut. Okay, perfekt. Foundation. Was fehlt mir denn jetzt wieder? Ach, kommen wir zu rauf. Es sind doch Gegänge hier. B. A. Netz. Oh, Mist. Na ja. Jetzt wieder zurück. Ja, wenn man hier endlos weiterbaut, dann hat man irgendwann einmal kein Rohstoffproblem mehr, oder? Würde ich mal sagen. So, jetzt war ja was zu trinken. Das hilft nichts. Nur nicht austrocknen. Ach komm. Hab doch das nicht mehr da rein. Okay, hier habe ich was zu essen. Perfekt, würde ich mal sagen. Perfekt. So, jetzt kann ich bestimmt wieder Robes bauen, oder? Genau. Das muss ich jetzt so mitnehmen, weil es nicht anders geht. So, dann warten wir mal den Schauk hier kurz rein. Und dann bauen wir hier noch ein Netz. Nein, das geht immer noch nicht. Flip aus. Robo Bob. Ich brauche Rob. So, jetzt auch, ne? Komm. So. Kann ich hier nichts mehr nehmen, oder was? Doch. Doch, hier. Es geht doch. Also hier war es verkeilt. Ach, das ver... Was ist jetzt los? Was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt für eine komische Aktion? Wie kann ich das jetzt nicht nehmen? Habe ich jetzt wieder irgendwas ausgewählt? Ach, das gehört zu dem Netz, oder was? Ach, das gehört zu dem Netz, oder was? Ach, so. Ich muss da die Netze anklicken. Ach, so. Na dann. Wenn das so ist, dann machen wir das doch. mal trinken. Ach, nee. Ich will jetzt. Blub. Weiter mal in der Zwischenzeit. Mal ein Hai essen. Würde ich mal vorschlagen. Hai, hai, hai. Kann ich das... Nee, das kann ich nicht. Das muss ich dann wieder auswählen. Du bist doch ein Depp. Echt. Du bist ein Depp. Und du bist wahrscheinlich der Sohn oder die Tochter von dem Hai, den ich gerade esse. Ach, du bist das sauer? Oh, kann ich nachvollziehen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. So, geht schon wieder nicht mehr weiter. Ich habe schon wieder kein Road mehr, oder? Na gut. Also das ist auf jeden Fall sehr praktisch hier. Mit den Netzen. Da hat man definitiv keine Rohstoffprobleme mehr, wenn man es mal so weit geschafft hat. Am Anfangs erst. Der erste Durchgang war ja auch voll für die Katz. Der war ja auch voll für die Katz. So, haben wir hier noch hier. Foundation. So. Und das schaut doch schon mal sehr gut aus. Kann ich hier noch irgendwas hinbauen? Äh, Foundation. Warte mal. Wenn die Foundation geht, dann geht doch bestimmt auch Netz. Jawohl. Netz, Netz. Ich kann jetzt was... Achso. Der Daumenhof ist auch immer cool. Echt ohne Scheiße. Also sehr nett gemacht, muss man schon sagen. Also es macht schon Spaß. Es ist mit Sicherheit ein Spiel, das, wenn das noch weiter ausgebaut wird, auch mit Sicherheit sehr viele daran erinnern wird, wie einfach ein Spiel sein kann. Aber wie toll es sich dann spielt. Also das ist schon toll. Äh, kann man nichts, kann man nicht meckern. Wenn man nicht so schusslich ist wie ich, dann geht das mit Sicherheit auch beim ersten Try schon ein bisschen besser. Ähm, was man hier auch noch alles bauen kann, sind ja dann diese Seed Stations hier, wo man dann auch, äh, was anpflanzen kann. Warte mal, ich kann ja hier mal kurz noch eins bauen, weil brauchen tue ich es ja sowieso. Ich weiß bloß nicht, wie viel ich hier jetzt brauche. Wo ist denn mein Rope? Habe ich hier noch irgendwo so ein... Wieso kann ich den? Achso, okay. Warte mal, kann ich schon? Kann ich schon? Kommt ein Fass. Da ist doch mit Sicherheit auch wieder irgendwas Gutes drin, oder? Okay, jetzt passen wir auf. Jetzt müsste es eigentlich klappen. Mit dieser Seed-Gedöns hier, genau. Dann haben wir hier das Seed-Ding. Oh, Gott, ist das groß. Nein, was ist denn das für ein riesen Teil? Was habe ich hier jetzt gebaut? Ist ja nicht dein Ernst. Oh Gott, jetzt kann ich hier... Kann ich hier aufs Maul hauen. Das hältst du ja im Kopf nicht aus. Das ist ja brutal groß hier. Vielleicht ist es vielleicht... Oh Gott, das kann ich hier... Kann ich hier hinstellen, ja, aber... Warte mal, das muss ich anders machen. Das hat ja überhaupt keinen Sinn. Äh, einmal... Das reicht nicht für eine neue Foundation, oder? Komm mal, du noch hier. Du? Verdammt, die ganzen Bretter. Hoffentlich ist es, wenn sie Inventar voll ist, ich kann auch was zu zerstören. Äh, Foundation wollte ich bauen. Okay. Also gut, naja, das muss jetzt reichen hier. Okay, stellen wir das nämlich hier hin. Ah, 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 und dann... Jetzt habe ich es gegessen. Perfekt. Was haben wir denn hier? Ach, eine rohe Kartoffel. Gott, das ist eine rohe Kartoffel. Ich dachte, ich könnte hier... Oh, die können doch bestimmt auch anpflanzen, oder? Ach so. Ach so. Das ist für die rohen Kartoffeln. Okay. Verstanden. Verstanden. Das heißt, muss ich aber dann aufhören. Das dauert zu lang. Hier, das Let's Play. Ach komm. Alter, was ist denn mit dir los? Da können wir nicht drüber reden. Können wir nicht einfach drüber reden, wie erwachsene Haie? Komm, gib mir das Zeug jetzt hier. Ich muss hier... Äh, äh... Ich möchte die Kartoffeln noch anpflanzen. Komm. Woll. So schaut's aus. Kartoffelpflanzung. Kann ich das hinstellen? Hier. Perfekt. Gleich daneben. Dann habe ich doch hier noch Kartoffeln, oder? Sag mal, kann ich bestimmt? Ja, ich kann Kartoffeln anpflanzen. Das ist ja geil. Was ist jetzt? Oh Gott, ich verdurste. Wie kann das passieren? Du willst jetzt... Ach Gott, packst du es wieder da rein? Prioritäten hat der keine. Erstmal in den Rucksack gepackt, oder? Erstmal in den Rucksack gepackt. So, kann ich jetzt... Kann ich hier eigentlich Kartoffeln auch kochen? Ach, das ist ja putzig. Gott, ich kann Kartoffeln. Ist das geil? Oh man, ist das cool. Das ist echt cool. Cool gemacht, das muss man schon sagen. Man freut sich auch über Kartoffeln. Okay. Dann kann man hier noch was bauen. Okay. Habt man hier mehr Platz für irgendwelche etwaigen Bauvorhaben? Ja, Dinger kann man ja auch bauen. Treppen und so. Machen wir aber jetzt auch nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Also ist es auf jeden Fall supi-toll. Mir macht es auf jeden Fall einen Riesenspaß. Ups. Geh mal weg. Ja, wenn ich nicht so schusslich wäre, dann wäre das alles überhaupt kein Problem. So. Ein Item, ein Item. So, jetzt ist aber endgültig Schluss. Mal gucken, ob es der Speicherstand auch überlebt. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da gibt es so ein Hai mit Kartoffeln. Perfekt. Ciao. Ciao.